ein wunderschönen guten morgen freunde umang und ich sind am start wir haben alles gepackt und jetzt geht es vier stunden in seinen heimatdörfchen oder heimatstadt wie auch immer ja ich würde sagen los geht's leute so jetzt gibt es frühstück schauen wir mal was es hier so gibt in diesem kleinen restaurant da hinten für mich gibt es heute parkoura zum frühstück das ist einfach so ein friziertes gemüse spinat ist da glaube ich drin und auch so ein paar andere sachen das glaube ich ganz lecker probieren wir das mal test test gut war es und wir haben uns gerade noch mit kitkat eingedeckt und gerade will jetzt jemand geld von mir hier an der scheibe ich filme das jetzt mal kurz so und ja jetzt geht es auch schon weiter how many kilometers left 150 150 kilometers ja also noch ein paar stündchen im auto aircondition umang geht der bettlerin jetzt was zu essen kaufen weil das macht man aus prinzip einfach nicht bettlern geld geben da gebe ich ihm auch komplett recht und ich gebe auch nie bettlern geld wenn dann versuche ich dann irgendwie was zu essen zu geben das ist nämlich viel viel besser man weiß nämlich nie was die hier in indien mit dem geld machen wir sind angekommen endlich richtig cool und wir haben auch gerade umang's mom noch abgeholt die läuft da vorne irgendwo sieht man jetzt nicht mehr und hier wohnt die familie vom umang glaube ich das hier ist unser zimmerchen da steht unser gepäck und jetzt haben wir hier gerade richtig lecker tee bekommen von umang's mama und ja wir chillen eigentlich die ganze zeit nur jetzt wollen wir hier noch irgendwie an dem fernseher irgendwas machen irgendwie das handy verbinden oder so aber ja ich glaube heute geht eigentlich gar nichts wir chillen eigentlich nur und morgen fahren wir nach delhi und jetzt gibt es auch schon mittagessen schaut euch mal an was hier aufgetischt wird richtig nice What is this all? explain This is curd with a bit of mix something mixed in it this is mutter paneer this is cottage cheese and peas in a curry this is called rajma and it's kidney beans and we make curry out of it and this is noodles yes no it's rice yes and this is curd yes i know yes i know now eat i just have to sleep on the couch i just have to sleep on the couch i was so tired and now we are already at 8am but we are going to this party right now and now we are going to this party and i am excited to see how it will be we are going to do let's go let's go uman kauft jetzt blumen für die veranstaltung heute abend uman kauft jetzt blumen für die veranstaltung heute abend uman kauft jetzt blumen für die veranstaltung heute abend Musik 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 Es ist einfach immer künftig und schau mal Ja, jetzt gehen wir schon wieder, es war echt eine richtig krasse Party und überlegt mal, das ist einfach nur ein Jahrestag von der Hochzeit. Und schau, wir haben noch ein Geschenk gekriegt. Wie geil ist das denn, so eine kleine Snackbox? So cool und die waren auch alle so freundlich und das Essen war verdammt gut. Und es gab auch so viel Auswahl, ich konnte gar nicht alles probieren, so viel gab es. Und das war jetzt einer von Umangs besten Freunden, deren Eltern hatten 25-jährigen Jahrestag Hochzeit und deswegen war diese Feier richtig krass. Wie nennt man das? Silberne Hochzeit, glaube ich. Ja, müsste Silber sein. Ja, und jetzt geht es auch schon wieder zurück zu Umang nach Hause und ja, schauen wir mal, was da noch geht. Wir sind zurück bei Umang zu Hause und indem seine Eltern schlafen schon, deswegen muss ich ein bisschen leise sein. Eigentlich wollte ich jetzt euch noch zeigen, was hier alles drin ist in diesem Geschenk. Ach, das mache ich jetzt einfach noch kurz. Wartet mal, ich mache das kurz auf. Also Leute, schaut mal, was haben wir denn hier. Wir haben hier einmal einen kleinen Mangosaft, dann haben wir hier Cadbury Schokolade, ganz normale. Dann haben wir hier Zitronenkuchen, glaube ich. Dann haben wir hier, ist das Coke-O-Mang? Also das ist wie eine Cola, meinte er. Dann haben wir hier noch ein paar Schokoladenkekse und noch ein Päckchen Chips-Masala. Richtig nice, Leute. Richtig cool, dass wir auch sowas geschenkt bekommen haben, einfach so. Also vielen Dank fürs Einstand, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Morgen geht es übrigens nach Delhi. Und Delhi wird was? Bis dann.